Hallo und herzlich willkommen zu Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben, es ist Teil 30 der imperialen Kampagne von Let's Play Rome Total War mit den Seleukiden über 50 Provinzen. Bevor wir jetzt hier die Runde beenden, denn wir sind soweit, wir waren das letzte Mal eigentlich soweit fertig und konnten eigentlich direkt weitermachen, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz in unsere Seitenwertung gucken. Wir kontrollieren derzeit 33 Regionen, wir haben 136 Schlachten gewonnen und 4 verloren, das dürften alles Seeschlachten gewesen sein, meine ich. Das heißt, uns fehlen noch 17 Regionen bis zum Sieg, bis wir unsere Siegbedingungen erfüllt haben. Natürlich müssen wir auch noch Rom erobern. Machen wir uns schnell einen Überblick. Drei Städte gibt es auf Sizilien. Hier unten sind 2, 3 mit 4 mit Rom, 5, 6, 7, 8 und hier ist noch eine 9. Sagen wir hier sind noch 10, 11 und ja, dann haben wir noch ungefähr 12 mit den Makedonen. Also hier ist das Territorium, das wir uns holen werden und das uns die Siegbedingungen bescheren wird. Wir gucken jetzt also nochmal kurz in unsere Seitenwertung und wir vergleichen uns mit den 5, was war es, 5 stärksten, ja, mit den besten 5 Seiten. Also die Gesamtwertung führen wir ganz deutlich an. Wir haben das stärkste Militär, wir haben die Gallier überholt, wir haben die meiste Produktion, wir haben die meisten Provinzen, ich glaube auch grün sind wieder die Gallier und dann sind wir mittlerweile die zweitreichste Seite. Das ist sehr interessant. Die Julia, also tatsächlich sind die römischen Fraktionen reicher als wir oder die Brutii, die werden bald auch wieder reicher sein, als wir von der nächste Runde wieder Zeug gebaut haben ohne Ende. Ich will aber nicht pro Runde auf ein Finanzpolster von mindestens 20.000 Denaren verzichten, denn es könnte immer mal sein, dass es zu einer brenzligen Situation kommt, wo man zusätzliches Geld gut gebrauchen kann. Wir haben die meiste Bevölkerung und dann schauen wir nochmal kurz in unseren Stammbaum. Das ist mir auch noch ein wichtiges Anliegen. Also, wir haben unseren Seitenanführer, Aristarchus, im Alter von 56 Jahren, er ist schon in die Jahre gekommen, wir gucken mal gerade, er müsste auf dem Schiff sein, jawohl. Und Aristarchus wird seinen Lebensabend damit verbringen, den Römern auf die Fresse zu hauen. Dann haben wir unseren Seitenerben, Alexander der Eroberer, der müsste auch in etwa so alt sein. Schauen wir nochmal kurz rein. 46 Jahre alt, ist ein bisschen jünger und der ist ja gerade dabei, Korinth zu belagern. Er macht seinem Namen alle Ehre, auch diese Stadt wird er erobern, sobald uns die Römer angreifen und ihren Ausfall machen. Dann, wir schauen nochmal schnell, kann noch sechs Runden durchstehen. Vielleicht werden wir ein bisschen was an der Truppenkonfiguration verändern. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht lösen wir da auch noch einen Teil der Truppen aus. Ich bin mir noch nicht... Also, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Ich habe eigentlich keine Lust, den Mega-General da jetzt noch sechs Runden rumgammeln zu lassen. Mal schauen, ob wir die Belagerung dann aufrecht erhalten können. Dann, Demetrius, noch einer unserer potenziellen Seitenerben, im Alter von 42 Jahren, noch sehr jung. Unser bester Verwalter derzeit und schaut euch das Gefolge an. Ist der absolute Wahnsinn. Ist auch eigentlich ganz gut so, da müssen wir gar nicht viel rumtransferieren. Das behält er jetzt auch einfach mal. Ja, und die anderen sind noch erstmal zu vernachlässigen. Wir haben allerdings sehr viele Generäle adoptiert. Wir müssen mal schauen, hat er irgendwelche... Er hat auch eigene Söhne, das ist eigentlich ganz gut. Es ist ja immer wichtig, Kletos wäre auch noch so ein Kandidat. Ja, also müssen wir mal gucken, falls da jetzt mal einer unserer Anführer sterben sollte. Man ist da ja nie vorgefeilt. Und wir haben jetzt mittlerweile ganz gute Generäle, die seine Rolle übernehmen können. So, wenn man jetzt an der Stelle abfährt und gucken, was sich tut. Der Senat versucht weiterhin Thessaloniki zu kaufen. Dann versuchen die Makedonen eine brutische Armee zu kaufen. Und, oh, es könnte sich... 0-0. Also, wenn wir Glück haben in Thessaloniki. Wenn wir Glück haben, verzieht sich die Seuche dort. Das wäre natürlich phänomenal. Wir müssen mal hier ein bisschen fortbilden. Wir nehmen noch da die Pikiniere und die Bogenschützen. Und die Peltasten. So, wir bilden die mal auf jeden Fall fort. Und die bilden wir auch fort, denn... Wir werden jetzt hier die Hobliten auflösen. Dann haben wir noch 80 Stück. Dann können wir auch eine Einheit nachlegen. Und diese Einheit, die wir nachlegen werden, wird ein Phalanx-Pikiniere sein. Dann bauen wir den Tempel des Esculap weiter aus. Wir brauchen hier mehr Gesundheit. Und wir können jetzt mit den Steuern ein bisschen hochgehen. Dann können wir sogar auf 85... Ja, mit 85% öffentlicher Ordnung. Ist das eine feine Sache. So, wie sieht es in Larissa aus? Hier haben wir fortgebildet vorhin. Wir sind aber noch nicht fertig. Hier kommt auch noch mal eine Runde Phalanx-Pikiniere dazu. Habe ich hier vorhin vergessen zu bauen? Scheiße, ich habe vergessen zu bauen. So, gucken wir mal. Aber öffentliche Ordnung ist gut. Dann, ja, brauchen wir die Straße? Brauchen wir den Hafen? Brauchen wir den Schmied? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen uns jetzt mal hier mit den Römern anlegen demnächst. Bauen wir mal die Straße. Schadet auf gar keinen Fall. Und dann schauen wir mal, was deckt unser Spion denn auf. Also da ist diese Hundearmee. Und da sind noch mal... Was ist denn das? Schauen wir nochmal nach. Suche nach Hinweisen. Was haben wir da drin? Lakai. Spaß mit der Wahl. Okay, ja, das kommt mir auch wieder bekannt vor. So. Was hast du für eine Armee dabei, Cornelius? Zeig mal her. Ja, das ist eine schwache Armee. Also wenn das jetzt klappt, dass wir hier nächste Runde keine Seuche mehr drin haben. Der ist dummerweise, der ist noch eingeseucht. Wenn es allerdings klappen sollte, dass wir hier nächste Runde keine Seuche mehr drin haben, dann werden wir einen sehr, sehr komfortablen Durchmarsch haben. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ich muss mal kurz an die Tür gehen. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also wenn wir hier aus Thessaloniki jetzt rauskommen, dann wird der Vormarsch hier gegen die Brutii sehr, sehr schnell, kurz und schmerzlos werden. Wir schauen mal ganz kurz noch in den Rundenbericht. Die Steuern sind wieder fast gleich auf mit dem Farmwesen. Dann wächst Antiochia, unsere Hauptstadt. Ah, da hatte ich das... Ja, okay, gut. Nee, dann machen wir das jetzt andersrum. Wir bauen die Ratskammer. Und dann wächst Sidon. Sehr gut, sehr gut. Tarsus ist ja auch im Wachstum begriffen. Da müssen wir mal kurz ein bisschen mit den Steuern runter. Können wir uns nachher überlegen, ob wir da wieder hochgehen. So, Ereignisse einer Seite. Wir kriegen Nachwuchs. Okay, alles klar. Den Baubericht, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Das ist ja immer eine etwas längere Sache. Jawohl, haben wir. Damaskus hat die Stadthalter-Villa gebaut. Dann bauen wir hier die Straße. Hatra baut einen Markt. Oh, da müssen wir ein bisschen mit den Steuern runter. Ich glaube, der Tempel des Eskulab ist jetzt hier nicht verkehrt. Vielleicht bauen wir danach noch die Kanalisation. Gucken wir mal. Die Seleukaja baut die öffentlichen Bäder. Das hatten wir uns ja auch fest vorgenommen. Und wir bauen den großen Tempel des Eskulab als nächstes Gebäude. Das ist auf jeden Fall gut für die öffentliche Ordnung und für die Gesundheit. Und die Stadt ist ja auch kurz vor der nächsten Wachstumsgrenze. So, Jerusalem. Das ist echt eine gute Stadt. Hier flutscht es richtig. Dann bilden wir mal die Truppen hier fort. Außer die Zwangspirken hier. Die nehmen wir, glaube ich, direkt mit aufs Schiff. Bauen wir hier auch eine Kanalisation. Hier wollen wir die nächste Wachstumsgrenze bald erreichen. So, und bevor ich das jetzt vergesse... Ach, scheiße. Jetzt habe ich es weggeklickt. So ein Mist, ey. Ah. Jetzt ist dieser scheiß... Jetzt ist der komplette Bericht weg. So ein Müll. Arrg. Das ist jetzt echt zum Kotzen, ey. Aber aufs Schiff, den Agenten nehmen wir auch mit. Da haben wir sogar zwei Spione drin. Viel zu viele. Bioniere sie aus. Und, äh... Da wollten wir uns, glaube ich, hier mit der Flotte zusammentun, meine ich. Das Schiff nehmen wir auch noch dazu. Genau, hier wollten wir den Hafen von Rodos ansteuern. Können wir eigentlich auch mal gerade die Schiffe fortbilden. Aber noch einen Agenten, den nehmen wir dann direkt, äh... Oder? Brauchen wir hier vielleicht einen? Da werden wir einen drauf, ne? Und wie viele Truppen haben wir? Ja, hm. Nö, dann brauchen wir noch, ähm... Oder? Hm. Ich meine, wir können da drüben natürlich Spione gebrauchen. Können allerdings auch noch die Zwangspikiniere mitnehmen. Oder eine Milizkavallerie? Tja, 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 tja. Ne, wir nehmen mal die Zwangspikiniere mit. So ein bisschen Infanterie schadet das sicherlich nicht. Ja, äh, okay. Also, Rekrutierungsbericht schenken wir uns so und diplomatische Informationen. Spanien hat ein Bündnis mit den Briten und den Makedonen ist für uns nicht wirklich wichtig. Okay, jetzt muss ich dummerweise alle Städte nochmal durchgehen. Äh, aber, naja, was soll man machen? Gehen wir es einfach mal an. Ähm, wir bauen hier die Minen aus. Oder bauen wir... Hm. Farmgemeinschaft Minen. Wir bauen mal die Minen aus. Die amortisieren sich ja immer recht schnell. Und dann gehen wir mit dem Steuersatz ein bisschen hoch. Genau, hier bauen wir ja ein Schiff. Und, äh, in Adaxata können wir nichts bauen. Haben wir hier unseren neuen künftigen Stadthalter, der danach rückt. So, da, Fraßball ist ja immer noch nicht gewachsen. Können wir auch nichts bauen. Asakia. Asakia baut auf jeden Fall die Akademie. Und danach, äh, wahrscheinlich dann die Bäder. Und, ähm, ja, Einheiten rüsten brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht unbedingt. Wir gucken erstmal, ob hier irgendwas von den Patern zu sehen ist. Sieht mal nicht so aus. Dann gehen wir hier hoch auf die, auf diesen Zipfel. So, Seloykaya ist gewachsen. Haben wir ja eben was gebaut. Nehmen wir einen Spion nach Susa rein. Gucken mal, ob da irgendwie, ob da irgendwas abgeht. Ach, hier sind wir schon auf Niedrig. Das ist natürlich ätzend. Sowas mag ich gar nicht. Jetzt kommt der nicht dahin. Ist doch nicht wahr. Also, ohne Scheiß. Ah, ist das ein Müll, ey. Hätte man auch da lassen können. Naja, okay, gut. Also, nächste Runde ist ein Susa. Weißt du? Und das, obwohl ich hier die Pflasterstraßen gebaut habe. Was geht denn ab? Geht hier die öffentliche Ordnung runter, wenn ich die Pferde rausnehme? Ne, 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 hier. So. Lösen wir die Spasten da auf. Spart auch ein bisschen Kohle. So. Dann machen wir mal im Nil-Delta weiter. Alexandria baut. Den großen Tempel des Eskulab vielleicht, ne. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Danach bauen wir den Markt. Memphis. Ja, du wolle Memphis. Wolle Memphis baut noch einmal Bauern vielleicht. Ah, wir kommen ja jetzt hier erst mal gleich mit unserem neuen Stadthalter rein, ne, oder? So, mal schnell da rüber. Naja, kacke. Aber das Schiff lassen wir mal da im Hafen. Es ist gar nicht so schlecht. Ja, nächste Runde ist er da, okay. Äh. Und hier. Achso, die haben auch noch keine Pflasterstraßen, ne. Ist natürlich echt doof, weil hier die... Ne, die kann ich nicht abziehen. Stoßt vor. Ähm, dann... In Herrgotts Namen wollen wir hier nochmal Bauern. Achso, wir könnten aus Alexandria vielleicht welche nehmen, ne. Hm. Schauen wir mal. Befehle. Vorwärts. Vorwärts. Ist da die öffentliche Ordnung so schlecht, ey. Vorwärts. So. Dann schenken wir uns die hier und bilden dafür die anderen fort. Dann ist die Stadt komplett voll mit Truppen, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Alter, 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 alter. Das ist echt nervig, ne. Okay, gut. Okay, gut. Egal. Ähm, ja, dann... Geht's mal weiter Richtung... Ja, mein Herr. ...Richtung Kartago. Ja, Meister. Wir können nicht weiter. Ach, vielleicht können wir denen auch die Stadt abkaufen. Wir gucken einfach mal. Weiter geht's nicht. Ach, dann hatte ich ja noch einen hier oben da rumgammeln, ne. Du wolltest doch mal... Herr. Du solltest ja mal zu den Sküten und dann im Anschluss zu den Trakern. So, okay. Jetzt machen wir weiter hier mit Petra. Wird gebaut. Truppen brauchen wir keine. Bostra wird gebaut. Truppen brauchen wir keine. Jerusalem hatten wir vorhin. Sidon ist klar. Ist klar. Ach so, die Paltasten. Brauchen wir die für... Hm. Ich weiß nicht. Obwohl, ach, die können wir, glaube ich, auch in Sidon lassen, oder? Oder können wir die abziehen? Oder können sie abziehen? Hm. Ist die Frage, ob wir sie in Antiochia brauchen oder vielleicht hier irgendwo in Palmyra oder so. Wir lösen die mal auf. Komm, brauchen wir nicht. So, dann hier wird gebaut, hier wird gebaut, hier wird gebaut, hier wird gebaut. In Salamis wird auch gebaut. In Hatra. Hier unten die Städte hatten wir. So, dann ist das eine Rebellenarmee. Tatsache. Ah ja, gut, dann habe ich da gleich noch was zu tun. Ähm. Hier und hier. Und in Sinophil auch? Ne, in Sinophil nicht. Gut, dann sollten wir hier auch noch was bauen. Hm, öffentliche Ordnung ist soweit in Ordnung. Dann bauen wir die Minen, würde ich sagen. Okay. Ach, Moment mal. Wir könnten natürlich auch hier eine Akademie gebrauchen, ne? Ähm, ne, dann bauen wir den Markt und danach bauen wir eine Akademie. Ähm, das ist immer wichtig, wenn man die Stadthalter irgendwo drin hat. So. Das ist in Ordnung. Nicomedia baut. Sardis baut. Rodders baut. Ich hätte das echt nicht vergessen sollen. Es tut mir leid, ja. Jetzt müsst ihr das wieder ausbaden und ich brauche hier so ewig. Bitte um Entschuldigung. Ähm. Ja, dann bauen wir hier die Farmgemeinschaft oder bauen wir... Ja. Ich meine, wobei es hier nicht verkehrt wäre, ein paar Truppen rüsten zu können, ne? Wir bauen mal den Übungsplatz, so. Ähm. Ja, komm. So, Übungsplatz, das. In Byzans bauen wir die Straße. Und da bauen wir noch einmal, ähm, Zwangspikiniere. Nur für den Fall, dass die Traka da angeschissen kommen. So, hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Habe ich davon vergessen. Hier wird gebaut. Und hier wird gebaut. So, dann rüsten wir noch ein bisschen. Ähm, Bauern, Bauern, Bauern. Und, äh, nochmal die Bauern. Und, äh, dann rüsten wir hier... Ne, Moment. Dann rüsten wir hier die Bauern. Anstatt der Bauern hier machen wir nochmal Bogenschützen. Hm. Oder so eine griechische Kavallerie. Oder eine Milizkavallerie. Wir nehmen mal die Bogenschützen. Wir gehen mal, wir gehen mal konform mit den Bogenschützen. So, Seuchenstadt hatten wir ja. Okay. Äh, das waren jetzt die wichtigsten Städte. Äh, kommt jetzt also unsere Truppenbewegung. Oh, da sehe ich eine Flotte. Ah, da guckt mal einer an. Da guckt mal einer an. Wer will sich denn da mit uns anlegen? Bereit machen uns zum Angriff. So, klarer Sieg. Nö, der hat das überlebt. Oh, Mann, ey. Ja, wir können jetzt nicht weiter. Oh, Mann, ey. Jetzt ist er ja nur näher an meiner Küsse. Hoffentlich kann er die Truppen da nicht landen. Das wäre natürlich mal echt kacke. Da hätte der... Oh, haha. Das Film ist bereit. So, so. Da haben wir also noch was. Ist hier irgendwie eine andere Flotte zu sehen? Ne, alles klar. Gut, ne, dann kriegt er jetzt mal hier... Kriegt er jetzt mal hier Beef. Zack. Gruß an die Fische. Ne, ist nicht wahr, ey. Alter. Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Ey, jetzt brauche ich noch hier... Jetzt brauche ich noch hier eine zweite Flotte, damit ich dem nachher die Schiffe plattmann kann. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das war ein Schiff. Ja, ich habe zwei... Was? Wie viel habe ich? Alter. Das ist doch ein Verarsche, oder? Also, ich habe 200 Schiffe. Und wie viel Leiter, ich glaube, 20 oder sowas, ne? Okay. Oh, die Armee sieht ganz gut aus. Ja, stimmt. Was wollten wir denn damit nochmal... Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, ja. Wir wollten die... Moment mal. Wir wollten die ja hier landen, ne? Ne, wir disponieren ein bisschen um. Wir landen die nämlich hier im Hafen von Larissa. Schiffen rüber Richtung Athen. Und uns hier, solange wir Korinth belagern, können wir nämlich dooferweise hier nicht raus, ja? Aber auf der anderen Seite, Moment mal, wir haben hier 80, 80, 80, 80... Befehle! Wir könnten natürlich ein paar von unseren wichtigeren Söldnern abziehen, stattdessen da ein paar dumme Bauern reinbauen, mit denen wir da irgendwie die Stadt mal belagern oder irgendwie so... Also, das Doofe ist halt... Ich meine, ich könnte natürlich jetzt Korinth angreifen, würde das automatisch lösen lassen und ich würde die Stadt auf jeden Fall einnehmen. Das Doofe ist dann völlig viele Söldnertruppen und ich habe zum Beispiel keinen Bock, diese kretischen Bogenschützen zu verlieren. Wir könnten natürlich aber auch die kretischen Bogenschützen nach Norden weiterziehen und dann holen wir uns aus Athen die anderen Bogenschützen nach und die Peltasten, weil da macht es nichts, wenn wir was verlieren. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch. Aber wir gucken erst mal, was wir noch so an... Achso, wir können natürlich auch noch hier aus Sparta ein paar Truppen nachziehen, ne? Jawohl. Was könnten wir eigentlich machen? Dann nehmen wir nur irgendwie die Bauern oder so dazu. Jaja, sowas in der Richtung, sowas in der Richtung. Okay, da ist die nächste Armee. So, dann haben wir hier noch eine. Boah, das ist auch so eine Riesenflotte. Geiler Scheiß. Ich nehme aber die zwei Schiffe nach Nicomedia und werde die jetzt hier im Hafen wieder fortbilden. Nehme ich nachher mit hier hoch. Hier kommt unser General dann drauf. Und die Schiffe ziehen wir mal mit hier rüber. Ich glaube, damit holen wir uns die letzte makedonische Stadt. Okay, also die Römer werden auf jeden Fall vormarschieren nach Thessaloniki oder nach Larissa. Beide Städte werden sie nicht angreifen. So krank sind sie jetzt auch nicht. Okay. Wir können natürlich die Römer hier angreifen, aber das würde einen Ausfall der Römer provozieren. Momentan sind sie noch auf eigenem Territorium. Ich ziehe es jetzt, glaube ich, vor, hier abzuwarten. Ich muss mir noch irgendwas mit den Griechen überlegen. Also hier werden Bogenschützen das Mittlerwahl sein. Ja, natürlich, ne? Kreta Bogenschützen. Ja, Strategos. Gegen eine Peltasten und gegen eine fast komplett ungepanzerte Armee. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine Strategie. Okay. Habe ich noch irgendwo Truppen übersehen? Du bist ja hier auf dem Weg, ne? Das ist auch so eine... Das ist eine so schöne Armee. Wirklich super. Okay. Ja, ähm... Dann werde ich jetzt mal schnell die Rebellenarmeen ausknipsen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe, äh, soweit alle Rebellenarmeen bis auf eine ausschalten können. Also diese, diese hier. Äh, da hatte ich nicht mehr genug Bewegungspunkte, um dran zu kommen. Ich habe auch, äh, nicht so viel verloren. Also ein bisschen, bisschen Kavallerie, bisschen Infanterie. Nichts Wesentliches. Gleiches geil für die Armee hier oben. Ein bisschen Infanterie habe ich verloren, aber... Ein kleines bisschen Kavallerie, aber... Auch nicht viel wichtig ist, dass wir da keine Söldner verlieren, denn das sind ja sehr gute kämpfende Truppen und die kann man nicht nachrüsten. Die muss man immer vorsichtig behandeln. So, und jetzt habe ich mir überlegt. Ähm, wir machen das jetzt. Tatsächlich, wir greifen jetzt Korinth an. Allerdings ohne Söldner. Ich zeige euch gerade, wie ich das machen will. Denn ich habe mir gedacht, wir können die Hopliten viel besser gegen die Griechen einsetzen. Äh, dicke Phalanx gegen dicke Phalanx, natürlich. Und, ähm, die Sache ist halt auch die, in Thermon, ähm, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ungepanzerte Truppen. Und, äh, das sind also, das sind also über 50 Prozent, ja. Wir haben hier bei Doros von Sparta haben wir auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf ungepanzerte Truppen. Ja, also, äh, ich sag mal, die komplette griechische Armee hier besteht also fast nur aus ungepanzerten Einheiten. Das heißt, das ist optimales Futter für unsere Bogenschützen. Und, äh, wir werden sie deshalb angreifen. Wir brauchen natürlich noch einen General. Und dann nehmen wir hier unseren Burschen. Und den können wir aus Larissa abziehen. Denn, äh, wir haben ja hier unsere Reserve-Truppen im Petto. Und, äh, könnten also auf jeden Fall uns, ähm, in, äh, in Larissa noch gut behaupten. Dann machen wir folgendes. Wir brauchen ja hier ein paar Truppen mehr am Start. Und, äh, wir nehmen also die, wir nehmen die Bogenschützen hier mit, dass wir dann ein bisschen was haben. Wenn wir da welche verlieren, ist das nicht so schlimm. Und wir nehmen auch noch die Bogenschützen hier aus Athen mit. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen mit dem Steuersatz runter. Und, äh, jetzt brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, damit wir also volles Material dabei haben. Dann nehmen wir also noch hier die Pell-Tasten. Und, ähm, ja, wir könnten natürlich noch, ne, ich will, ich will aber keine Söldner da haben. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, äh, wo können wir unsere Streitwägen fortbilden. In Larissa, meine ich, geht das, oder? Ne, in Larissa geht's, in Larissa geht's nicht, tatsächlich nicht. Äh, dann sollten wir die Streitwägen da rausholen. Ähm, dann nehmen wir die Streitwägen raus und machen die stattdessen noch hier in die Armee. So. Und, äh, dann nehmen wir noch, äh, die und, äh, dann nehmen wir noch die ganzen Bauern mit. Und dann gehen wir in, äh, Sparta mit dem Steuersatz noch runter. Und aus Athen nehmen wir auch noch Bauern mit. Und noch einmal. So. Und dann können wir Korinth jetzt angreifen. Ähm, das ist also, das sind alles Truppen, die wir gut wieder nachrüsten können. Und, äh, ich mach das jetzt deswegen, ähm, ich will die, ich will die Schlacht eben, wir haben 8 zu 7, wir haben einen, äh, super General. Ich will das deswegen automatisch machen, äh, weil dann die Verluste echt, äh, niedriger sind, bei so einer fetten Verteidigung. Okay, gut. Und dann sehen wir auch schon, äh, wir haben die Stadt, also ohne Probleme eingenommen. Wir kriegen sogar, Peltassen kriegen Erfahrung, Milizopliegen kriegen Erfahrung, äh, Verluste erlitten, Zwangspikiniere, aber da ist jetzt keine Einheit, die mehr als 60% Verluste erlitten hat, wenn ich das richtig sehe. Sieg und Ehre! Und, äh, dann haben wir jetzt das letzte Weltwunder eingenommen, das uns noch gefehlt hat. Und, äh, ja, plus wir auf die Loyalität der Bevölkerung in allen Siedlungen, damit dürfte dann wohl die öffentliche Ordnung gemeint sein. Äh, Wir gehen hier mal auf Niedrig mit dem Steuersatz. Schauen wir mal, was könnten wir hier, oh, hier können wir auch eine ganze Menge Einheiten rekrutieren. Ähm, allerdings, wollte ich ja, äh, ein paar Bauern wieder, ach so, die haben keine Bewegungspunkte mehr, doch die, ne? Okay, dann, äh, nehmen wir die noch wieder mit nach Athen, oder? Oh, komm, das machen wir. Also, es geht wieder zurück. Und, äh, was können wir in Athen, was können wir in Athen nochmal bauen? Schauen wir mal gerade. So, das, und, äh, Milizopiliten. Okay, machen wir also auch. Und, dann könnten wir, wir können ja hier alles bis auf die Bogenschützen fortbilden. Aber die Bogenschützen können wir fortbilden wegen, ah, okay, hier ist eine, hier ist wahrscheinlich noch ein Tempel auch drin, ne? Tempel der Artemis. Ah, verbessert, Fernkampfwaffen plus zwei. Krasser Scheiß. Okay. Ähm, wir gehen danach direkt auf den Rüstungsbauer. Ähm, und wir werden als erstes, ja, doch, das machen wir dann. Äh, dann bilden wir als erstes mal die ganzen Fernkampfeinheiten fort. und was rekrutieren wir hier? Das ist eine Frage. Bauern können wir auf jeden Fall noch gebrauchen, um die Siedlung zu sichern. Wunderbar. Ja, nächste Runde können wir dann die Bogenschützen in Sparta wieder auffrischen. So, jetzt haben wir noch, ähm, unsere Stadt Larissa. Jetzt gucken wir nochmal gerade hier. Also, wir wollen ja gerne weiter marschieren gegen die Griechen und wir können noch sieben Einheiten reinpacken. Wir machen nicht alle sieben. Ähm, also in Thermon. So ein bisschen Kavallerie hat er am Start. Ähm, und, ähm, hm, hm, also die ungepanzerten Einheiten machen wir mit dem Bogenschützen. Platt haben wir ein, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Einheiten Bogenschützen. Also noch eine wäre eigentlich ganz cool, aber, okay, das geht nicht. Dann nehmen wir noch ein bisschen Befehle. Dann nehmen wir noch hier die Einheiten mit. Dann nehmen wir noch, ähm, hm, 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 hm. Sollen wir noch die Paltasten mitnehmen? So ein bisschen, so ein bisschen Wegwerftruppen. Das ist gar nicht so schlecht, meine ich. Und dann nehmen wir noch die, ähm, Milizkavallerie dazu. So. Äh, dann kann unser Vormarsch gegen, äh, Thermon losgehen. Weiter, weiter geht es nicht. Das machen wir dann auch. Und, äh, können wir jetzt hier noch, ne, das sind immer noch die gleichen, ne? Okay. Gut. Äh, gefällt mir ganz gut bisher. Können wir in Larissa irgendwelche tollen Söldner anheuern? Das sind ja immer nur die gleichen, ne? Okay. Gehen wir wieder zurück in die Stadt. Nächste Runde werden wir dann auch die, äh, Zwangspikiniere fortbilden. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen zwischen Athen und Korinth äh, alternieren, wenn es um unsere Truppen geht. Ja. Okay, Leute. Also, das war's. Äh, im nächsten Teil geht's weiter mit der Eroberung von Thermon. Ähm, einer größeren Schlacht gegen die römische Armee, die uns vermutlich angreifen wird oder zumindest versuchen wird, uns anzugreifen. Wir haben Korinth eingenommen. Das heißt, wir sind jetzt bei Region 34, 16 Stück noch bis zum Sieg. Ist alles machbar. Äh, wir haben das fünfte, ne, das siebte und letzte antike Weltwunder, die Zeus-Statue des Phidias eingenommen, die uns noch gefehlt hat. Äh, alle Zeichen stehen auf Aufwärtstrend. Dadurch ist natürlich jetzt bei uns überall die öffentliche Ordnung noch nach oben gegangen. Äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder einschaltet. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut. Und, äh, ja, ich freue mich über eure Kommentare. Bis dann. Tschüss.